Wer bei ELSEN einsteigt, sollte viel Eigeninitiative mitbringen und Spaß daran haben, verschiedenste Prozesse mitzugestalten. Besonders spannend bei ELSEN ist das dynamische Arbeitsumfeld, was sich allein schon durch die verschiedenen Business Units ergibt, unter anderem Personaldienstleistungen, das Transportgewerbe, aber auch logischerweise die Logistik. Wenn ihr Lust auf Logistik habt und etwas bewegen möchtet, dann bewerbt euch jetzt jederzeit bei ELSEN. Wir freuen uns auf eure Bewerbung.